Pünktlich. Helme retten Leben. Ja, ich weiß. Im letzten Vibe war es auch so. Einige Male schon. Aber ich kaufe mir trotzdem keinen. Wenn ich sie finde, setze ich sie auf. WB. Aber kaufen. Alle schon da? So, der Chat wieder alleine gelassen. Ja, alle da. Alle da. Ich bin ja so schlau und nehme mein Handy mit zum Rauchen und lasse dort Matze streamen laufen und sehe dann den Timer. Wir laufen in die falsche Richtung. Wir müssen in die Richtung. Wo wollen wir überhaupt hin? Eigentlich würde ich gerne ins Emmer kommen, aber wir sporen immer scheiße, Mann. Wenn wir da sind, ist Hopfen und Malz verloren. Dann gehen wir wieder Jusek-Camp, würde ich sagen. Hast du jetzt seine Skefs eigentlich erwischt, Matze? Such diesen. Na, einer fehlt noch. Einer fehlt noch, okay. Ich bräuchte dann auch mal noch zwei. So, ZB014 könnten gleich übers Bohn sein, wenn wir uns vielleicht entgegen kommen. Ja, ja, ja. Rechts, rechts, rechts läuft einer. Ist es ein Skeff oder weiß ich nicht. Rechts, rechts, hinten am Felsen. Ja, aber volle Hütte. Ja, ist hinten am Felsen. Ganz vorne am Auto läuft auch noch einer. Das ist aber definitiv ein Spieler. So, komm ich hier hoch. Ich bin auskürz. Boah, was meinst du jetzt? Ah! Boah, Alter. Jetzt habe ich gedacht, ich kriege einen Schuss. Wollte, welches Auto? Auskürz oder das? Da ist ein Auto. Da ist ein Auto. Ich weiß nicht, ob das auskürz ist. Was auf der Wiese steht. Ja, der ist jetzt links von dem Auto. Mann, erholt er sich mal? Ja. Irgendwo in dem Busch ist der. Also ich bin links von euch, ja? Also nicht auf mich schießen. Ich bin nur noch Skeff, bitte. Der muss hier irgendwo sein vor dir. Ich habe echt schon mit dem Gedanken gespielt, aufzuhören mit Rauchen. Ja, ist das Gap. Wo ist denn der Idiot hingerannt? Okay, es waren zwei. Ja. Sorry, Matze. Was ist denn hier für ein Loch? Was ist denn das für ein Idiot? Wo es denn dahinten ist? Da haben wir im Waschhaus geplatzt oder was? Ich komme zu euch. Hä? Was schießt da? Skeff, Skeff. Am Auto, am Auto. Wartet, lasst ihn, lasst ihn. Lauft weg, lauft weg. Lasst ihn mir, lasst ihn mir. Schieß, schieß, schieß. Nein, ich drücke mal die Falsche. Geh mal hier in den Bunker. Ich bin immer gesprungen, ich habe mich immer verdrückt, Alter. Hast du ihn jetzt? Ja, ich habe es. Sehr geil. So, ihr könnt Skeffs erlegen, bis euch die Ohren glühen. Ich muss die jetzt mal looten. Ich brauche die 133er. Kauf die, Mann. Wenn du noch eine Totz hast, dann... Ja, genau, eine Totz brauche ich auch noch. Ja, das stimmt. Ich habe Wasserfilter. Cool. War dieses Loch hier schon immer? Was für ein Loch? Ja. Ja, ja. Echt? Beutel, wo bist denn du? Wo seid denn ihr? Ich bin im Loch mit Klaus und wir fassen uns an. Was? Wer redet denn ihr über meine Mutter? Seid ihr vorne am ZB040 oder was? Sorry. Die Schuhe frei. Nee, Benji ist ZB40. Da kommt einer. Wer ist das? Wir kommen halt auf die Klaus. Ich bin ZB40. Ey, ey. Ich habe mich immer verdrückt, Mann. So ein Scheiß. Warte, ich loote mal noch den auf der Straße. Weißt du, wenn du so in der Hektik bist, weißt du, und unbedingt weißt, den muss ich unbedingt killen. Benji warst du schon unten? Äh, da rennt noch einer. Am, am Scaff-Haus. Na, Klaus braucht er noch einen, oder? Na, den habe ich vorhin müssen. Ich brauche noch ein paar mehr. Den hole ich mir. Naja, einer ist doch schon am Anfang. Hast du dich einen Gedenkbeutel? Ja. Ich liege hier bei dem Scaff mitten auf der Straße. Aber der hat auch keine. Wer ist hier neben mir? Jemand? Ich bin. Wir sind alle beim Bunker. Ich bin mein Benji. Du bist alleine da vorne, Beutel. Okay. Ich gehe mir jetzt den Scaff mitten. Ob wir ihn jemals wiedersehen? Das ist wie mit der Schrollflinte. Auf Shoreline. Ja. Ich will nicht wieder Orakeln, Mann. Beutel, du schaffst das. Ja. Boah, was ist denn nur mit dem? Was ist denn? Ey, die Scaff stecken einen. Das ist unglaublich. Diese scheiß Knarrebeutel. Ne, ich habe ja gute Munni drin. Achso. Du weißt doch gar nicht, was gut ist. Hab euch doch gefragt. Ihr habt gesagt, die ist gut. Welcher hast du drin? Äh, BS oder B... BS, ja. Das ist gut, ja. Okay. Es sind zwei! Hu 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 hu. Geil, der Beutel lebt noch. Na, dann komm zum Bunkerbeutel. Ja, warte mal. Ich muss erst mal... Achso, guck mal. Ich guck mal ein Stück vor. Ich komm mit dir nicht. Ich warte auf dem Beutel hier im Bunker. Ja, das würde mich noch interessieren, ob die Flugzeuge auch so kommen noch. Oder ob man die jetzt wirklich nur noch rufen kann. Oh nein. Versteh, kein Bunker! Aber sie haben die Motorgeräusche leiser gemacht. Waaat! Oh, ey, da fliegt's, alter! Ey! Krass! Da ist ein Flair explodiert. Sieht schon cool aus, irgendwie, he? Mhm. Ist gut, was... Ob so eine Kurve jetzt fliegt? Ja, richtig. Wie der abgedreht ist, he? Bei dir das am Checkpoint? Was? Ich hoffe, es flinkst. Ich bin auf dem Berg. Ist jemand bei mir am Berg? Ich bin ja am... Wir sind am Berg. Welcher Berg? Warte mal. An dem Fels. An dem Fels. Freunde. Ich bin hier oben drauf. Okay. Ich renne mal rüber an die Kisten. Klaus ist vorne am Checkpoint. Ah, siehste. Klaus, warum sagst du denn nichts? Warte doch. Nee, ich hab grad gefragt, wer ist vorne am Checkpoint. Da kam nichts. Ja, hat keiner geantwortet. Sorry. Ich bin hier an den Kisten, wo die Fässer stehen, die man am Markt kommen muss. Okay, ich bin neben dir und klipp mal nach. Okay. Klaus, ist dein Mikro kaputt? Alles gut bei dir? Nein. Nein, ich bin grad konzentriert. Was ist denn das? Ach so. Ach so, einer bist du. Ein Konzentrierter. Beste Ausrede, die es gibt. Mhm. Ja, ich muss ja auch den Gesprächen mit euch alle folgen und hier gucken und machen und tun. Das ist so leicht. So. Wer läuft zum Checkpoint? So mit links davon bin ich ja. Ja, dann bist du das Benji. Ich gebe mal zu den Felsen hier ein bisschen decken. Beutel, kommst du mit? Ja, warte ich klipp noch. Ah, okay. Okay. Bin fertig. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Klaus, was ist das? Das war ein Acker. Wo ist denn das Matze? Ich bin bis gerade mal vorbeigelaufen. Ich hänge im Gebüsch. Ich geh mal zum Klaus. Wo? Ich hab noch die zwei. Ich folge dir Benji, wenn du das bist. Klaus, wo bist du? An dem Auto direkt. Okay. Das Matze, oder? Ne, ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Du wurdest schon beschossen, ne? Oder das galt dir? Bitte? Das galt dir, die Schüsse. Ja. Ich weiß nicht, wo der ist. Richtig, richtig close dran. Ich fühle mich hier am Checkpoint immer unwohl. Ja, das ist nicht mein Spot hier. Klaus, hast du Checkpoint schon komplett gelootet? Ja. Auch drinnen? Die, die? Ja. Okay. Die Hoffnung keimt auf. Auch drinnen? Naja, da ist ja auch manchmal Gas Analyzer drin. Ja, oder? Du Space X, ne? Ja, sorry. Guck mal zu euch. Oh, da kommt ein Skeff. Ah! Ah! Oh! Klaus, der ist links, äh, links hinterm Container. Lücken schaffen. Bin mir auch nicht sicher. Ja, ja. Jetzt ist er tot. Jetzt ist er tot. Jetzt ist er tot. Hahaha. Es waren zwei, oder? Weil der eine hat doch schon geschrien. Es ist schon wieder das blanke Chaos. Hahaha. Da liegt einer am Gras. Ich bin ich, oder? Ich kriech ihn nicht rein. Nein. Tun Sie das nicht, junger Mann. Ich bin Benji in den Arsch gekrochen. Ne, das bin ich gewesen. Ach so. Benji hat drüben Klaus Skeffs kalt gemacht. Ah! Sorry Klaus. Naja, also ich hab die auch gar nicht gesehen. Oder? Ja, du bist gerannt und dann war der direkt hinter dir und hat auf dich geschossen. Aber vom Feinsten wieder Sveni. Oh! Es wird dunkel, Leute. Vor uns. Ja, wir sollten langsam mal hier. Ne, das ist Benji. Vor uns ist Benji. Da geschossen? Ne, ich bin nicht vor euch. Ach so, ne, ne, ne. Geschissen hat Benji nicht. Ok. Ich bin jetzt am Checkpoint. Na, wir laufen jetzt Richtung Glusek Camp, würde ich sagen, oder? Nein. Ich seh euch. Ich seh euch. Ja, komm, lohnt sich doch nicht. Aber vor uns hat sich ein Schuss gelöst. Ein Feuerstoß. Na. Aber dann ist nur ein Schuss. Ach so. Hm. Reisegruppe zu organisieren, hatten wir schon wieder alles abverlangt. Ey, übrigens, ja, stimmt. Die Reisegruppe ist wieder komplett. Fällt mir grad so ein. Ja. Ja. Cool. Das ist ja noch ganz woanders. Ja, hier liegen auch manchmal Salé was. Da vorne an der Medizin-Gelumpe. Oh, das ist ja schön. Was zu trinken? Geil. Oh, ein Schalldance. Ja, das ist scheinbar noch nicht gelootet. Eins, zwei, drei. Step. Das ist noch nicht gelootet. String ihn. Was? Hier war es nicht gelootet? Nö. Tatsache, aber der Tisch ist abgeräumt. Ja, den hab ich abgeräumt. Ach so. Der Mensch ist eine andere Seite, ne? Ah, ein Berskamp. Ne mei. Geh nicht hin. Ist hier erbarmungslos an Benji vorbei. Hä? Jetzt war es wieder hinter uns. Der ist mal vorhin schon da. Ich brauch Futter. Was zu essen. Geht gar nicht hin. Hä? Ach so. Oh, jetzt hat er keinen Auslauch mehr, der Mann. Haha, der springt dort immer nicht hoch. Oder wenn ihr Pile of Mets findet, also diese Medizinstapel, dann könnt ihr mir die auch geben. Ja. Ja. Für sieben Dinger gibt es nämlich auch einen Schlüssel. Sind schon drüben. Sind schon drüben. Okay. Ist auch noch nicht gelootet. Ja. Denk dran, Klaus ist auch schon drüben Benji. Ich bin im Zelt. Ich bin im Zelt. Da ist wo? Auf dem Felsen kann man wohl looten? Hier ist ein Pile of Mets, Matze. Okay. Wo die, wo die blutische Trage ist. Ah, du bist drüben im Bärscamp. Mhm. Genau. Okay. Das wusste ich gar nicht. Da kann gute Munition rumliegen. Ach so. Das hab ich nicht gewusst, Knaller. Siehst du, siehst du, siehst du. Kann da einer Sprit mitnehmen? Oh, ich hab den Joke gefunden, den man braucht für die, für die NB. Oh, ehrlich? Äh, keine. Hier, Sprit. Wo? Im Zelt direkt, wenn du reinkommst, direkt links. Okay. Benji ist wieder ein Glückspilz. Ja, ich hab wirklich Glück gerade. Ah ja. Ja, du hast richtig Glück. Gestern schon. Du wirst vom Dark of Cod geliebt. Rucksack? Ich glaube, da muss man was dagegen unternehmen. Das war klar, dass sowas kommt. Ähm. Was denn? Das Kamera ist. Discard. Discard. So groß ist der Fuel gar nicht. Gut zu wissen. Das sind sechs Felder, glaube ich. Zwei mal drei. Oh, ich hab ein G36 gefunden. Was ist das? Na, ne Knorre. Guck mal her, das ist erst neu im Spiel. Zeig, zeig. Zeig ja, das Ding. Und jetzt werden wir alle erschossen. Oh. Geil. Wie bei der Bühne das wär er hier. Ey, ich sag doch, der Benji, da hat ein... Leute, seht ihr das? Ich finde mal einmal irgendwas und werde gleich beschimpft. Nein. Und der Benji, Junge, das geht ab bei ihm. Wir müssen weiter. Ich hab Hunger. Hunger und Wurst naken an meinen Gebeinen. Und es wird dunkel. Ne, das ist ne übelste Sonne, Alter. Auf welchem Sofa bist du... Ja, da vorne siehst du schon das Abendrot. Es zieht sich zu, Beute. Dolle, es lag nicht am Alkohol. Aber ich sauf jetzt ne Wottenpule Wodka. In echt? Ne, hier im Spiel. Liegt ne Paka drinne, falls ihr ihn noch braucht. Die oben auch. Ne aktuell nicht. Warte, hier ist ein Humbug. In der großen Kiste, wie immer. Brauch ich den? In dem weißen Container. Aber du hast doch Hunger, hast du gesagt. Achso, ja stimmt. Oh Mann. Alter. Es ist... Ja, unter der Treppe, ne? Zu spät für mich. Ja, das war höchste Eisenbahn. Ich hab nur noch... 15. Energie. Jede Lootstelle ist besetzt. Wie die Maden, Alter. Klar. Hier, das ist so ein Fass, was vergraben ist. So, jetzt dürstet es mich noch etwas. Hier, hat sie. Was denn? Kommst du mal raus? Ach ne, aber du hast zu trinken oder was? Dann nehm ich das. Achso, warte. Wie viel Wurst hast du? Ich hab 35. Danke. Ich hab auch noch was zu trinken. Ich hab 47. Alles gut. Oh, hier liegt Dollars, Dollars. Wie hast du dir verdient, Beutel? Prost. Für deine milde Tat. Prost. Ich bin schon am Felsen, wo es runter geht. Ich hör dich springen. Benji getrieben vom Lootglück, Alter. Jetzt renne ich auch als erster ins Dorf. Ich finde jetzt hier... Was ist ein gutes? Zwei USB-Sticks und drei Salevas auf einen Schlag. Also Bridge-Exit ist scheinbar noch offen. Äh, hab ich überhaupt geltend? Ich hab 10.000 mit, also immer könntest du spendieren. Ich hab Geld mit, danke. Oh, noch ne Gold-Chain. Sind die Gold-Chains eigentlich was wert? Braucht man die überhaupt? Ja, die brauchst du für ne Quest dann. Ja, nimm die mit. Weil ich hab schon übelst viele. Das sind nur 30.000 pro... 30.000 pro... Ja. Also das ist relativ viel wert für ein Slot-Equipment, genau. Guck mal, ich hab diesen Raid noch keine gefunden, ne? Ne Gold-Chain? Ne Gold-Chain? Ne. Aber ich hab 7 oder 8 Powerbanks. Boah. Krass. Ja, meine Begeisterung hält sich in Grenzen. Ich hab auch... Na Klaus, komm mal her zu mir. Kommen wir zum... Kommen wir zum... Nein. Die nächste Gold-Kette, Malkudo. Da findest du deine erste Gold-Kette. Nein. Nein, ich komm nicht zurück. Boah. Ne, ist sie mit. Ne, ist sie mit. Ist nett von dir gemeint. Echt? Ja. Du solltest... Du solltest dein Glück nicht... Überstrapazieren. Versuchen zu unterbrechen. Lass es laufen. Aber man kann auch teilen. Ja. Das gibt ihm Gott verdammtes Karma. Ich bin ein Attrakter heute. Ich hab kein gutes Karma, weil ich immer klaue. Und mich freue, wenn ich den anderen den Loot wegnehmen kann. Du heimlich im Gebüsch rum sitzt und die dann tot machst. Ne, ich meine euch. So. Ich gönne euch nicht die Butter auf eurem verschissenen Brot. Jetzt. Mit der Bulle Wodka war keine gute Idee. Nicht? Ne, das ist halt so scharf wie bei Pinkel, aber es ist auch so ein bisschen verschwommen. Also wenn du dich bewegst, so blurry. Ja, ja, ja. Oh, hier ist einer und frisst den Säugt. Finde ich. Ja, da läuft gerade über die Straße. Der Skepp. Zu deinem Haus rüber. Zu meinem Haus? Mhm, mhm. Da ist ins Gelände rein. Vorne bei dir die Straße gekrosst, oder? Bei Sonja drüben. Da ist ein Fördereingang rein. Bei Sonja. Das ist Sonjas Haus. Ey, spring da mal, alter Idiot. Der hatte ich noch Singlefire drin. Ja, Tatsache. So, ich geh jetzt trotzdem nochmal bei Matze ins Haus. Ich muss wieder rüber. Du wirst doch immer hier die Kisten kontrollieren. Das kommt immer. Schönes Zeug. Ich komm raus. Mich nicht erschießen. Ich will mal gucken, ob da noch was zu essen ist. Ich muss mein Zeug noch abholen. Ich hab zur Not noch eine MAE-Beute. Nö, 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 nö. Nö, nö, nö. Das brauchst du für eine Quest. Wenn's... Ah, du musst doch abgeben. Nö, alles gut. Ich will selber gucken. Der Benji ist mir einfach zu gut. Ich muss ihn, glaube ich, erschießen. Ich kann so viel Güte nicht ertragen. So. Komm rein. Ja, der hat das Military Cap. Aber ist das was? Ich weiß es nicht. Was meinst du denn, Leute? Ich hab ne komische Quest. Ich muss ein Military Cap abgeben. Ich geh zum Auto. Ich komm mit, Klaus. Los. 10, 9, 8. Er kniet hier im Weg. Noch ein paar Beine weggeschossen. Was? Schon wieder 2800. Geil. Aber ich kann ja ne Quest abgeben. Geil. Day. 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 Day.